Saison-Highlight auf der Nordschleife stand auf dem Programm und es begann mit einem Paukenschlag. Thomas Winkelhock legte den wohl spektakulärsten Crash des Jahres hin. Zur Entwarnung vorweg, er blieb größtenteils unverletzt. Was aber war passiert? Thomas Jäger hatte Tommy Winkelhock am Schwedenkreuz überholt. Der lupfte seinerseits das Gas, um eine Berührung zu vermeiden, das Heck brach aus. Alex Burgstaller berührte ihn, der Rest ein Wunder modernster Sicherheitstechnik. Untertitelung des ZDF, 2020